Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und ich spiele heute Call of Duty Monaco V3 hier. So, dann haben wir hier den SD-Clan, ist hier. Ich gehöre dem AR-Clan an, AK-RAM-COD-IS-Clan. Bester Freund an von Alberto, das ist übrigens mein PS1-Freund. So, nur Prominente hier, perfekt. So, ich nehme die ACR mit. 6.8, USB-45, Taktik, Splitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen, Bro. Und damit nicht die meisten Jungfrauen abbekommen und das meiste Geld den Meisterschützen. So, holen wir uns mal den Titel, den Ruhm, Alter. Die Ehre, damit wir die Jungfrauen ficken. Ups. Ja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt los. Das Ficken, das ignorieren wir mal. So. Ich spiele gegen den SD-Clan. Den SD-Clan. Oh mein Gott, dass ich zu dieser Ehre bin. Da können die Hamburger Hänger einpacken. Und das sind Bro-Gamer hier. SD-Clan. Wenn ich da was reiß, dann ist das Hammer. Perfekt, Spielverderber. Runden Niederlage in einer Kreis. Eliminiert Spielbonus. 173 Punkte. Guckt euch das an hier. Der SD-Clan kann ein einpacken. Oh, mich hat's erwischt. Booster. So. Niederlage. Punkte, den wir da erreicht hier. Spielbonus 273 Points hier. 0 zu 4. Da kann man nichts machen. Der SD-Clan ist halt ein Booster-Clan. Dollar-Clan. Was ist denn das hier? Dollar oder S? Na ja. Und das nochmal. Das SD-Clan. Das war's eigentlich schon wieder von der YouTube-Games-Kommission. See you later, later, later. Ich hoff's, das kleine Game gehört euch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.